Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Moment, ich habe da gerade ein Kabel, Salat, hoppla, sorry Leute. Kurz das nur kurz im Popschutz richten. So, gut, dann mein Bild macht sich natürlich wieder groß. So, jetzt habe ich vielleicht eine Taktik herausgefunden, die meine Asynchronität vielleicht jetzt behebt, weil der vorige Part, also den ich vorher aufgenommen habe, der war jetzt mit den Sachen, die ich jetzt umgestellt habe, hatte es geschafft. Oh, der hat Skype sich gemeldet. Das war dann synchron, das Part, also das war schon mal gut. So. Äh, wo ist es? Nein, nicht das Wasser. Ich muss mich beeilen. Wieser, wieser, ja, 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 ja. So. Cool, man kann Geister reinbringen. Okay, Moment. Ich muss da rüber. Das heißt, der Wind muss mal jetzt wieder nach Osten. So. Da muss er hin. Schauen wir mal, ob ich mich mit dem hin teleportieren kann, mit dem Kanon des Sturms. So. Äh, nein, das ist genau derselbe Weg. Okay. Dann schnell noch. Nein. Äh. Ach, was spiele ich denn da zusammen? Das war das. So. Er muss jetzt am besten so. Gut. Go, 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 go. Also ich vermute mal, dass, ähm, ich habe noch 29 Minuten. Das sollte sich ohne Probleme ausgehen. Also ich wieder zurück auf die Insel komme. Ich glaube, das ist eh die schon da, da. Ähm, dass ich zurück auf die Insel komme und das Ding einsetzen kann, das den Baum retten kann. Wuhu. So. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist es jetzt so, ich habe jetzt ein paar Sachen umgestellt bei der, ähm, bei den Einstellungen des Videos, weil ich hatte das immer nur so auf mittlerer Qualität. Also eigentlich fast schon nicht, also wie kann man es ausdrücken? Die Qualität war dann schon bleh. Also ich weiß nicht, warum es so eingestellt hat. Ich habe dann nichts daran geändert. Aber es hat dann irgendwie, ähm, immer gut funktioniert. Und die Qualität war immer den 720p, so wie ich es aufnehme. Weil 1080p, ne. Ich könnte es aufnehmen. Aber ganz ehrlich, das ist eine Wii U, die hat jetzt nicht so High-End-Grafik und finde ich persönlich zahlt sich jetzt nicht so aus. Ich meine, vielleicht eigentlich, ich glaube, ein paar Parts habe ich eh schon aufgenommen. Aber der Punkt ist einfach dieser. Ich habe die Qualität jetzt auf das Maximum gestellt und da hast du 1.000 KB. Also du hast maximal so eine 1.000 KB Version mit der kleinen Version, also mit den kleinen, ähm, das hat jetzt kurz ausschaut, dass jetzt geruckelt. Ähm, mit den... Geh raus, 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 raus. Schnell! Schnell, schnell, schnell! Ähm, mit der schlechten Variante von der Qualität habe ich, äh, 1.000 KB gehabt und mit der besten habe ich halt 2K. So. Okay, jetzt schon, komm. Und... Water for you, my friend! Oje. Du hast zartantopisches Wasser auf ihn geteufelt, aber er scheint noch nicht wieder ganz zu Kräften gekommen zu sein. Ähm, okay. Ich danke dir, werterfreund. Es gibt noch 7 Freunde in Not. Wenn du alle ihre Bäume mit diesem Wasser beteufelst, können sie sicherlich vor dem Verdömen bewahrt werden. Dass du sie bei hattest, werterfreund, wird es hier noch nicht im Wasser. Beile dich und finde die anderen Crocs. Was? Was? Ich habe immer noch das Teil? What the fudge? Okay, ähm, äh, Panik, Panik. Ich dachte nämlich, dass es einfach dann verschwindet, aber gut. So. Okay. So, okay, ähm, ja, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich mit dem Kanan des Sturms. Vielleicht finde ich da irgendwas gleich in der Nähe. Vielleicht kann ich mich gleich zu einem hin teleportieren. Also, das muss ich auch umgucken. Ähm, nein, natürlich kann ich mich zu keinem teleportieren, aber ich werde jetzt nochmal nach Tantopia und das nach rechts fahren und dann werde ich da das machen. Aber auf jeden Fall, jetzt sind meine... Das hat der vorige Part war synchron und wenn der nächste, also dieser Part hier auch synchron wird, werde ich die Einschränkung so belassen und auch diesen Trick so machen. Weil ganz ehrlich, das hat eigentlich immer jetzt bis jetzt super gut funktioniert. So. Und ganz ehrlich, ich bin... Ach, der Wind ist natürlich nicht der Richtige. Also, ähm, die, die, die. So, wir müssen nach Osten. So. Ich habe noch 27 Minuten. Ich werde zumindest den einen dann noch machen, der gleich in der Nähe ist. Und dann, genau, zum Punkt nochmal zurück. Ähm, ich werde jetzt wirklich schauen, dass ich das jetzt so... Wenn es wirklich... Wenn der nächste Part wirklich auch synchron ist, werde ich die Trick so weiter belassen. Weil, ähm, jo. Es ist plötzlich einfach, weil ich hasse das, wenn man den Part aufnimmt und der Part ist asynchron. Das Spiel selbst ist super, aber der Ton von dir ist dann asynchron. Und du machst genau in dem Moment das Kommentar und das ist dann um zwei Sekunden oder so verschoben. Ich meine, es ist nicht viel, aber man merkt es dann halt schon. Aber der vorige Part war wirklich fast... Ne, eigentlich war der 1 zu 1 synchron. Okay, da haben wir den Fisch. Warte, fack. Warte, fack. Was war da? Was war da? Nein, 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 nein. Nee. Kamera, mitspielen bitte. Da wollen wir hin. So. Bisschen noch. Bisschen noch. Komm schon. So. Ah, manchmal ist es sehr schwierig, mit dem Link da rauszukommen. Ja. So. Okay. Wo ist denn der da überhaupt? Drüben anscheinend, okay. Können wir nicht gleich so? Nein. Okay. Da habe ich nicht noch mal einen. Hey, da ist ein Loch. Okay. Hallo, Loch. Ähm, hello? Wo bin ich? Meine Versuch, wo bin ich denn hier wirklich gelandet, ey? Ähm, okay. Hello? Is anybody there? You murder people. Okay. Ich habe es schon wieder vergessen. Oh, the fuck. Das ist der Blödsinn schon wieder. Mit größter Wahrscheinlichkeit brauche ich da diese komische Nuss da. Nicht. Okay, da liegt nämlich auch noch einer. Okay. Okay, da kann ich nicht durch. Wie auch immer. Kann ich vielleicht da irgendwie rauf? Das ist die andere Frage der Fragen. Ähm. Ach so, da habe ich das Ding gesagt. Das werde ich total übersehen. So. Nicht das da. So, und dann hier. Da rauf. Ähm. Hm. Schauen wir mal. Was kann ich denn da kaputt schießen? Oh, ich habe ja Feuerpfeile. Ähm. So. Dann. So. Wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser. Da haben wir das Wasser wieder rauf. Ähm. Ach so, da brauche ich jetzt wieder das Leaf-Dingens da. So. Ha. Klingt ja besser als gedacht. Nee. Nee. So. Lala. Hello. Beträufeln wir dich auch, damit du an Stärke gewinnst. Nee. So. Yay. So. Okay. Ich dachte nämlich, dass es einfach irgendwie das löst, dass ich das einfach dann so habe und fertig aus. Mickey Mouse. Aber da haben wir eine Truhe. Vielleicht finde ich, bitte sei kein Edelstein. Bitte sei kein Edelstein. Keine Whoopies, bitte. Ich habe die Tasche voll. Ich brauche keine Whoopies. Nein. Nein. Und es ist eine Schatzkarte. Okay. Hm. Hm. Na, schau an. Wo sind die? Da ist sie. Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber gut. Ja, 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 ja. Verziehe mich da, ganz ehrlich. So, und ich werde jetzt übrigens, ähm, nicht weitermachen, weil ich will jetzt endlich die Twifos-Stücke sammeln. Die sind mir ein bisschen wichtiger. Oh, wow, wet. Ah, da hinten. Bin ja total falsch geschwommen. Wie sagt das? Geiler. Ja, ich werde welcher trinken. Warte, machen wir es sich jetzt aber noch. So, you're wet. What's going on? Nein. Gut. Dann, ähm, die... Ah, also. Nein, nicht... Ah. Nicht... Nein? Okay. Das war doch die Karte. Ach, die Wahnsinnskarte war das. So, okay. Da haben wir jetzt noch ein Stück. Ich werde jetzt einmal schauen, ob ich mich dahin teleportieren kann. Ah. Ah, fast. Nein. Äh, bing, wow, bing. Ja, war ja fast, ne? Okay, ähm, da nach unten wollte ich. Ja, nach Präludien. War das nicht sogar im Präludien jetzt direkt? Weiß nicht, schauen wir mal. Hm. Wir werden es gleich herausfinden, Leute. Hm, hm, hm. So, schauen wir noch mal. Das ist sogar im Präludien selbst. Na, das ist ja geschmeidig. So. Ähm, jetzt brauche ich natürlich noch... Oh, ich kann... Das geht mit dem Wind. Es ist zwar ein bisschen langsam, aber... Ich springe... Ach so. Upsi. Okay. Ich lasse das einfach mal so raus. Nein, ähm... Ich werde da wieder das geben. Na, da meinen Hammer. Und, äh... Ja, das wollen wir mal. Umherange ist ja bewusst. So. Ah, so. Jetzt weiß ich, wo das ist. Das ist mein Heimatdorf. Ja, da weiß ich schon, wo ich hinköre. Weil da hatte ich ja... Wer meine Parts verfolgt. Da hatte ich ja mal, äh... Eine Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Weil der Stein im Weg war, den ich jetzt anheben kann. So. Ah, okay. Es ist jetzt das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Es ist nervig, dort hinzukommen. Aber was müsste ich eigentlich jetzt mit den... Items, die ich habe... Müsste ich das eigentlich jetzt abkürzen können, oder? Moment mal. Moment mal. Okay, da drüben war, glaube ich, aber nur... Ich glaube, da war nur der Pot. Nur der Pot. Links kleines Versteck. Hihihihihi. Ja, ich glaube, da war nur die Potteries. Wow, das Schwein ist gewachsen. Ey. Puh, du Trapod. Nein, ich werde es genauso wieder machen, wie ich es damals gemacht habe. Als erstes brauche ich noch ein bisschen Energie. Ah, sehr gut. So. Das muss ich wirklich zugeben. Das gefällt mir viel besser als Datsum als in Ocarina of Time. Weil da hast du diese Büsche zerschlagen. Und du hast immer irgendeinen random Shit gefunden. Wirklich. Das war nicht alles zu beschreiben. Weil du bist immer da gestanden, dann hast du gedacht, okay. Super toll, dass ich das jetzt finde, aber ich brauche jetzt Herzen. Ich glaube, da kommen eh keine Gegner mehr oder nein? Warum wird die Musik jetzt wieder anders? Genau, das war nämlich hier der Punkt. Da sieht man schon den Stein ganz, ganz weit hinten. Den sieht man da schon. Und da musste ich hin letztes Mal. Und das hat damals irgendwie dann nicht geklappt. Und ich glaube, das war auch von dieser Stelle hier. Aber sicher selber schauen wir nach hier. Vielleicht finde ich jetzt... Vielleicht finde ich ein bisschen was. Nein, da finde ich nichts. Okay, passt. So. Ich habe aber... Ich habe mich da sogar sogar da ein bisschen hochgecheatet. Aber das ist jetzt zuerst den Wind regeln. Kann das Item... Achso, bin ich eh bestätigt. Bing. Bong. Bing. So. Und zwar, ich brauche den Wind in diese Richtung. Ja, genau, passt. So. Genau, aber in dieser Richtung muss es erst wehen. Und das sollte jetzt eigentlich funktionieren, oder? Moment. Sieht dann, glaube ich, eh die... Windstreifen. Ja, die ziehen dort in diese Richtung. Okay, passt. So. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal wirklich irgendwie so geschafft. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Schauen wir mal, ob ich es jetzt gleich auf Anhieb schaffe. Das wäre super. So. Der Wind weht schon mal günstig für mich. Das passt. Oh, das wird so knapp werden, Leute. Wieder mal. Ah, es geht sich aber aus, oder? Jawohl, es geht sich aus. Es geht sich aus. Es geht sich aus. Puh. Oh. Lol, wenn man keine Energie hat, ist da kein Blatt drauf. Das ist so witzig. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt das letzte Mal. Ha, ha, ha. So, egal. Aber ich werde jetzt mal hier auch, wenn ich gerade den Knopf sehe, einen Speicherpunkt kurz setzen. Ja, natürlich setze ich fort. Man weiß ja nie, was uns da unten erwartet. Ich nehme mal an, es wird wieder genau dasselbe sein, wie dazumals. Okay. Und. Hui. So, ich nehme mal an, es wird genau dasselbe sein, wie bei den anderen. Oder auch nicht. Okay. Nein, nein. Ich will die Flasche haben. Nein, jetzt hat er alle genommen, oder? Nö. Jetzt muss ich warten, bis das 18 Minuten vorbei ist und dann kann ich dann erst das... Ja, da war da vorbei. Ich habe ein bisschen Stein, okay. Was ist hier drin? Ich bin ein bisschen jetzt, ähm, ich habe Angst. Ach du Scheiert. So. So. Okay, es ist auch so ein, äh, Kämpfeüberleben, bis zum Überleben gedöhnt, aber halt anders als die anderen, dass man durch die, stattdessen, dass man durch die Türen geht, fliege ich jetzt halt immer durch diese ganzen Löcher und muss alle einfach die ganzen Monsterscharren abwehren. Okay. Oh, da ist noch eins. Hallo. Hallo. Oh, da ist er. Da ist er. Die kleinen Dinger, die habe ich irgendwie schon die ganze Zeit nicht gemacht. So. Wenn es nur bei denen bleibt, dann ist alles okay. Die sind mit dem Schwert, also mit dem Master-Schwert jetzt eigentlich ziemlich easy. Also generell sind sie sehr easy, aber auch mit dem kleinen Kokiri-Schwert. Also, Kokiri-Schwert heißt ja nicht mit dem kleinen Schwert, was du geschenkt bekommst. So, dankeschön. So. 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 Kann ich hier einfach mit dem Hammer zerteppern? Oh ja, ich kann. So. Oh ja, ich kann. So. 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 Da ist eh klar, dass du es dann erst machen kannst, wenn du alle Items hast. So. So. Okay. Wow. 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 Das sind so frech, die kleinen. Ja, gleich. Ich erschlage die einfach mit meinem riesigen Hammer. So. Okay. Und wie lange geht das jetzt noch, wenn ich fragen darf? Ich hoffe, es ist einmal das Ende. Oder auch nicht. Okay. Also, jetzt kommen dann auch die ganzen... Jetzt wird alles durch gemixt anscheinend. Ich nehme an, die nächsten sind dann halt die kleinen, die normalen Schwertkämpfer da. Wow. Die kleinen Schwertkämpfer mit den anderen, oder? So. Ach, come on. Du kleines Trick. Kann ich dich eigentlich gleich mit dem Hammer zerschlagen? Okay. Ich muss jetzt erst einmal diese Form bringen. Und dann Punch. Und dann Punch. Dankeschön. So. Na, da, 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 da. Jetzt muss aber aus sein, glaube ich, oder? Weil wir hatten jetzt... Ach. Ach. Ach, meine Fresse. Gut. Ah, da stehen aber schon... Jetzt sind Fackeln davor. Also, das nehme ich an, die letzte Runde jetzt. Ja. Das dürfen jetzt die letzte sein. Das sind Fackeln davor. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Leute. Da hat Zeichen dafür, dass der jetzt... Dass wir es jetzt endlich geschafft haben. So. Okay. Haben wir es jetzt. Endlich. Oder? Nein. Okay. Okay. Ähm. Ja. Das Problem ist, da geht's rauf und da geht's wieder... Okay. Da geht's rauf und da geht's wieder... Darunter? Was ist denn das? Okay. Oh, nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das war jetzt nur Kämpfen? Oder was? Gut. Gut, Leute. Ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen. Ich werde jetzt nochmal selbstständig bis zu dem Punkt hinkämpfen, da wo wir vorher waren. Weil anscheinend muss man weiter runter gehen, um das zu kriegen. Weil es ist das eindeutig da, das Trifor-Stück. Und ja. Also werde ich jetzt den Schnitt setzen, Leute. Wir sehen uns alle gleich wieder im nächsten Part. See ya! Beziehungsweise da, wo ich gleich das Trifor-Stern hole. Ja. Also wir sehen uns gleich wieder. See ya, my friends. Leute. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.